OAAD.de, one of a day, keeps the doctor away. Und wenn man schon ein Xiaomi-Gerät benutzt, was liegt es näher, das Forum zu benutzen? Über eine App. Genau, und um diese App soll es jetzt gehen. Die heißt auch noch Xiaomi MIUI, also M-I-U-I ist ja MIUI Forum. Die technischen Daten wären da folgende. Der Versionsnummer 1.1.1 erforderliche. Android-Versionsnummer ist 4.0 oder höher. Und die App hat bei 10.246 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssterne-Bewertung von 4,3 Sternen. Lese ich euch einen Teil der Beschreibung vor. Mal schauen. MIUI Forum App is the only official app to access Xiaomi MIUI Global Forum, was man auch unter en.miui.com slash forum.php findet. Dort kann man sich anzeigen, das sind die latest News, also die aktuellen News und alle Updates rund um MIUI Rom, Mi Products, Apps, Themes, Reviews, Root Tools, Kernels, Tutorials und mehr. With millions of MIUI Fans from all over the world, you can also make some friends and talk about ROMs, Films, Technology and anything you are interested in. We are trying our best to make it a place where brilliant minds shall never be lovely. Meine Güte, klingt das gut. Also in diesem Forum werden brillante, ähm, Himmel, brillante. Manchmal weiß man das, was es heißt. Und, äh, meins, brillante Köpfe, ähm, nie alleine sein. Und man kann sich austauschen über das Xiaomi-Smartphone, welches man hat oder über ROMs oder über was man auch immer will. Ein Forum halt. Ähm, die App ist durchaus, äh, gut, ähm, ähm, aufgeteilt. Ihr habt schnell Zugriff auf irgendwelche Subforums, ähm, mit, äh, verschiedenen Geräten oder, äh, äh, über, auf Bugs oder in die Themes-Rubrik kommt ihr schnell. Und das Ganze ist wirklich, äh, ja, sehr interessant. Besonders, wenn man irgendwie ein Xiaomi-Gerät hat. Das muss ja kein Smartphone sein. Das kann auch ein Xiaomi Mi Band sein oder ein Mi Band 2 oder so. Ihr könnt die App natürlich auf jedem Android-Gerät, äh, welches ihr habt, äh, installieren oder eben, ähm, über die Website das Forum nutzen. Also, die App braucht man nicht unbedingt. Aber wenn ihr das Forum nutzt oder euch da informieren wollt, äh, dann könnt ihr die App einfach, äh, nutzen. Es ist natürlich kostenfrei und, äh, habt ihr ein Xiaomi-Smartphone, ist die App sowieso installiert, auch auf der Global Stable, äh, ROM von MIUI. Ja, das war's dann auch schon. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Tschau und Bye-Bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an. info at oaad.de, facebook.com slash oneappatark, gplus.eu slash oneappatark oder eine Ad-Mention an twitter.com slash oneappatark. Das war's dann auch schon.